Das ist ein schönes Kind, der mit den blauen, kleinen Infos, der vorstellbarer Mensch ist, wenn man weiß, der kleinste, der kleinste, der eigentlich so jüngst. Dezember ist, das Jahr hängt auf mit Kerzenlicht und Nikolaus. Der Weihnachtsmann ist noch für uns ganz leise ab und hat ja auch was mitgebracht. Wo und wie und was und wann, wo und wohl der Weihnachtsmann. Wo und wie und was und wann, wo und wohl der Weihnachtsmann. In den Wolken ganz weit weg sitzt er froh und munter. Sist er da mit zack und krass und fährt niemals schmunter. Wo und wie und was und wann, wo und wohl der Weihnachtsmann. Wo und wie und was und wann, wo und wohl der Weihnachtsmann. Wo und wie und was und wann, wo und wohl der Weihnachtsmann. Wo und wie und was und wann, wo und wohl der Weihnachtsmann. O da aber wohnt der Wunsch ganz im frühen Norden und ist bei dem Eskimus, wo ist Papa geworden. O und wie und was und wann, wo wohnt so der Weihnachtsmann. O und wie und was und wann, wo wohnt so der Weihnachtsmann. Und er in der Felsen schlugt sich bei der Eskimus. Danks Gott.